Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft ohne Dach. Er sagt, bis gerade eben hat es nicht geruckelt, ich schwöre. Wir sind zurück hier bei mir. Und wir machen heute weiter am Marktplatz. Wir brauchen nochmal Gravel. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal alles Gravel aufgebraucht. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, wir haben einen Haufen Erde jetzt da. Ich packe mal erst alles runter, was in den Keller kommt. So, da kommt vielleicht noch ein bisschen was rein. Da kommt vielleicht noch ein bisschen was rein. Ah, der wird schon mal voll. Okay. Dann nochmal vielleicht. Ähm... Sandstone. Sandstone hat noch kein... Sandstone ist aber auch irgendwie sowas hier, ne? Aus Sandstone kann ich nicht... Ich packe Sandstone mal hier rein. Ähm... Bricks. 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 Können eigentlich nach hier. Habe ich hier irgendwo? Da habe ich so ein random Fach. Da. Ähm... Plants. Kacke, war das Plants oder das Plants? Ich glaube, das war Plants, oder? Nein, das war bei uns Plants, die. Stopp. Dann war das Plants. Ähm... Achso, die habe ich alle schon reingepackt. Was mache ich mit den Leaves? Ich will sie irgendwie nicht dahinter packen, weil da nehmen sie unnötig Platz weg. Pack ich die drüben? Ich packe die drüben rein, oder? Ins... In den Schuppen. Aber bevor ich das tue... Pack ich mal das Hühnchen da rein. Den Hasen hier rein. Und die Ente hier rein. Die Eier kommen... Ah, da ist eine Schere. Lol. Da ist eine Schere. Ähm... Den Ingenieurs Hammer. Die Schere brauche ich theoretisch auch nicht mehr. Ähm... Eisen. Ich muss halt nur ein Stück weiter, um... Ich muss meine Dinger auch noch reparieren. Meine Tinker Schaufel. Ah, ja, siehste, wir haben das schon mal hier drin. Aber wo da? Aber wo? Oh, jawohl nur. Berries. Tulpe. Princess Feather Seeds. Aber das sind halt Plansachen, ne? Nein, 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 nein. Du darfst. Mann! Also, aua. Ich weiß ja nicht, Prinzess Feather, die waren für nichts gut, ne? Ich packe die mal hier rein. Hier rein. Genau, so die Berries. Ähm... Genau, jetzt habe ich immer noch die, äh, die Traps. Die wir auch irgendwo wieder hinpacken müssen. Ich weiß noch nicht wo. Aber... Ich lege die... Ach, Quatsch. Ich stelle sie einfach übergangsweise mal hier an die Seite, weil wir haben eh keine... keine Bates. Da, da. Äh. Ähm. Meine Stimme mag nicht mehr. Ach, so stimmt. Wie sieht es eigentlich da aus? Naja, siehst du, wir haben schon den ersten Eimer Creosote Oil. Ähm. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen wollte. Aber schön, dass es hier steht. Ähm. Hoppala. Genau, ich wollte meine Schaufel... Ich wollte den, 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 den Drill machen, ne? Aber ich weiß nicht mehr, warum ich die Latex-Maschine da hatte. Wahrscheinlich auch wegen dem Drill. Ähm. Ich muss meine Schaufel reparieren. So. Und jetzt kann ich schnell... Was brauche ich? Grey Wackel Graviel. Ah, okay. Ich muss schnell Grey Wackel Graviel holen. Ach, uff. Da steht ein ganz... Habe ich die nicht auch angepflanzt gehabt? Ja, ne? Die habe ich noch nicht wieder... gefällt. So. Grey Wackel war ja... Ich bin zu weit reingezoomt. Blue Schiss Graviel war hier ganz viel. Vielleicht auch hier. Wir gehen mal in die Richtung. Ich habe da noch einen Tod drinnen. Moment. Da, der... Ähm... Und Loot noch holen. Stimmt, da muss ich noch das Loot holen. Okay. Aber jetzt gehen wir erstmal... Okay. Ich renne jedes Mal gegen den Spalt, ne? Jetzt gehe ich erstmal den Graviel holen. Da ist Blue Schiss Graviel. Was ist das eigentlich? Das ist doch Blumen, oder? Ja, Barley. Ich brauche immer noch die anderen Gardens, damit ich die Seeds da nehmen kann. Den Shaded Garden habe ich schon. Das ist äußerst belastend. Weil die anderen finde ich irgendwie nicht. Ich muss dafür wahrscheinlich ins sämtliche Biome. Ich würde eigentlich nach da hinten, ne? Nein. Nach hier. Hoppala. Weil vielleicht da hinten noch mehr... Graviel sind. Ach, stimmt. Da war die Höhle. Was ist das? Die Höhle, der... dieser Durchgang hier. Der ja nicht echt hübsch aussieht. Ähm. Das ist alles... Das ist ein normales Graviel. Gneis. Gneis, 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 Gneis. Graviel, Gneis, Graviel. Graviel. Gneis, 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 Gneis. da ist noch mal andersfarbene limestone damals schiss kreiberkiss die teils so aus kann ich sein dass wir hier den einzigen graver haben wir gucken noch weiter hier ist immer noch gravel blusch ist gravel ich sammle lauter müll auf kreisch kreis kreis oder ist dann gehen wir hier einmal durch die kicht das sieht aus wie marvel an sie nicht gut aus für mich ich werde wohl übel doch wieder zurück müssen zu dem haus aber ich bin da auch mal ein bisschen was mit einfach weil er hübsch aussieht und man den ja vielleicht verwenden kann um ein paar sachen zwischen reinzusetzen damit nicht alles so gleich und identisch aussieht au so wobei das weiße glaube ich bisschen zu hell ist das ist normal das hört man auch an der schaufel okay aber dann gehe ich jetzt wohl oder übel wieder zurück nachdem es hier kein gray wacke gibt da ist der meteorit drinnen damit beschäftigen wir uns jetzt doch nicht sondern erst irgendwann spiel da mal so es wird ja leider dunkel ach ich habe ja ein bett dabei ne oh mein gott ich bin so smart ich habe ja ein bett dabei vergrase ich schon wieder so kann ich die lilypads nicht hier hinsetzen so dann habe ich sie wenigstens nicht mehr in der tasche so hatten wir hier nicht hier ist auch alles gleich alles belastet das ist die blöde grüßel ich dachte schon, wir hätten eine grafikfehle oder so bluschist 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 kräglocke ok, wenn ich hier irgendwas weg mache, dann fällt alles runter wie tief fällt das denn runter ist gar nicht so viel Aua ich muss halt leider da runter weil ich auch irgendwie die sachen da holen muss logischerweise ach genau, ich wollte dieses dumme öl machen, damit ich ein wasserrad machen kann, damit ich Energie habe meine güte jetzt weiß ich es wieder das ist alles grey wacker grey wacker und ein bisschen bluschist wie viel habe ich denn grey wacker grey wacker grey wacker ein bisschen was schon da ist nochmal eine andere drüber die passt ja nicht schön zusammen das bluschist finde ich tatsächlich zu meine schaufel ist kaputt zu blaustichig jetzt aber flott kaputt ähm ja, ich habe hier irgendwie ein bisschen boden ausgewogen kups tschuldigung ja aber ich geh mal rüber vielleicht reicht es gerade für den marktplatz So, ich wollte eigentlich die Musik noch mal ändern, damit wir hier mehr Abwechslung bekommen in unserer Musik. Moment. Da. Da. Kack. Ach, komplett einfach. So. Ab geht's, zurück, meine Nase juckt, Entschuldigung, ich hab ans Mikrofon gedotzt. Okay. Wir bräuchten auch langsam mal so eine Tierplantage. Plantage. Also so Bauernhof. Meine ich. Hallo Hühnchen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich ihn hinpacken soll. Wobei wir jetzt auch erstmal unseren Marktplatz soweit fertig machen. Ich bin leider, äh, aktuell was Kreativität angeht. So eine, opala. So. Unkreativ. Scheiße. Ich bin was Kreativität angeht, zurzeit so unkreativ. Ich bin auch, was die deutsche Sprache angeht, wie immer ein wahnsinniges Genie. Ähm. Ja, ich hoffe, dass ich was hübsches machen kann. Mir fehlen halt immer noch die, äh, ich schieb's dann darauf, dass ich nicht so viele Ressourcen hab. Aber ich schieb, äh, ich sollte jetzt vielleicht einfach mal drauf schieben, dass ich, was Deko und Design angeht, in Minecraft einfach noch nicht die Beste bin. Also die Beste wäre die sowieso nicht, wir werden aber einfach noch nicht so... Ihr wisst, was ich meine. ja, ich würde jetzt mal drauf schieben, dass ich einfach noch nicht so gut bin, wie ich gerne sein wollen würde. Pfff. Ha, ha, ha. So. Das ist Greyback Gravela, alles klar. So. Ich muss die, äh, die Schaufel nochmal reparieren. Ja. Ich muss ja die Mitte da auch noch ausheben. So. Ach ja, jetzt habe ich einen anderen, das ist doch toll. Das wollte ich auch. Aber ich finde, der passt schön dazu. Ich glaube, den können wir da... Was ist denn das für eine Limestone-Gravil? Den ich vorher mitgenommen habe, ne? Da ist nochmal ein Greivacke. Oh, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der nicht reicht. So. Bei mir ist weder noch die komplette Mitte hier. So, Donomint. Darf ich nochmal ein Greivacke? Der reicht nicht. So eine Kacke. So eine Kacke. Da habe ich noch. 16 Stück habe ich noch. Wow. Ja gut. Ich gehe mal meine Diener reparieren. Oh. Na, was soll das denn jetzt? Habe ich hier keine? Ich habe doch hier mit Sicherheit noch Eisen drin. Ja, hier. 16 Blöcke. Zack. Dabei kann ich hier nochmal reingehen. Einen rausnehmen. Beziehungsweise alle rausnehmen. Total lästig, dass man das mit Nuggets machen muss. So. Okay, damit kann ich. So, wie sieht es aus? Es braucht mega lange. Aber wenn ich mich erinnere, dass Eisen schon immer so lange gebraucht hat. So. Damit habe ich aber jetzt erstmal ein paar genug, um sie da reinzupacken. Damit wir unsere Schaufel reparieren können. So. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.